Welteis und Weltentwicklung Gemeinverständliche Einführung in die Grundlagen der Welteislehre. Ein antiquarisches Schätzchen von 1926 und etwas, liebe Zuschauer, von dem Sie mit Sicherheit noch nie etwas gehört haben. Gleichwohl ein ganz spannendes und bemerkenswertes Weltbild, was hier ein Genie vor knapp 100 Jahren entwickelt hat und was bis heute in der Versenkung verschwunden ist und im Prinzip bis heute von der Wissenschaft ignoriert wird. Und wir werden sehen, zu Unrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Gesprächsrunde beim Alpenparlament. Ich begrüße im Studio ganz herzlich Marco Nünemann. Du bist einer der wenigen, der sich mit diesem Thema intensiv befasst hat, seit vielen Jahren intensiv befasst hat. Und insofern müssen wir quasi bei der Basis anfangen. Welteislehre, was sind die Eckpunkte, wer hat sie entwickelt und wie kam er dazu? Ja, zuerst möchte ich mich natürlich ganz herzlich bedanken, dass ich eingeladen wurde. Und ja, ich möchte eigentlich damit anfangen. Ich habe begonnen, ich kann sozusagen fast mit mir anfangen. Ich habe begonnen, irgendwo nach Erkenntnissen zu suchen, beschäftige mich selber auch mit alten Überlieferungen und archäologischen Arbeiten und so weiter. Und ich muss sagen, erst eigentlich durch die Welteislehre sind sehr viele Fragen, die man hatte, beantwortet worden. Und ich habe mich dann reingekniet, immer intensiver und habe dann gesagt, ja gut, man muss es wieder an die Öffentlichkeit bringen. Und habe ja in Hamburg ein ganz kleines, ja, wie es heißt, Privatinstitut und betreibe das, die Nachforschung wieder, um auch zu bestätigen, dass dieses zwar antiquarianische Weltbild immer noch aktuell ist und zwar aktueller denn je. Okay, es war ja so, Hans Hörbiger hat vor über 100 Jahren, also es war im Jahre 1894, ich muss dazu sagen, er war Maschinenbauingenieur. Also Techniker. Techniker, hat mit Wärme und Kälte gearbeitet, hat also sehr viel Praxis gehabt und war Erfinder, hat unter anderem auch das Hörbiger-Ventil erfunden, das wir heute überall noch in den Maschinen haben und hat nebenher Astronomie als Leidenschaft praktiziert. Und das war dann im Jahre 1894, dass er abends vor seinem Fernrohr saß und hat sich den Mond nochmal angeschaut und da kam irgendwie so eine Art Erkenntnis, ja, der Mond hat einen Eispanzer und das war eigentlich die Geburtsstunde der Welteislehre, weil aus dieser Erkenntnis heraus, ja, baute er dann ein ganzes Weltbild auf und ich muss sagen, ist es einfach faszinierend. Und danach hat er natürlich dann auch Mitarbeiter gesucht und fand unter anderem den bekanntesten damaligen Mondforscher im 20. Jahrhundert, nämlich Philipp Vaut, zu einer seiner ersten Mitstreiter. Und beide haben dann im Jahre 1913 das 800 Seiten dicke Buch, ich besitze es zu Hause, zusammen dann verfasst. Und das hat allein das Aufbauen dieses ganzes Buches hat ungefähr, ja, fast zehn Jahre gebraucht und haben das dann 1913 herausgebracht. Und ja, dann, wie wir ja alle wissen, gab es dann den Ersten Weltkrieg und da war dann erstmal wieder ein wenig Ruhe und die Welteislehre-Bewegung, kann man sie eigentlich so nennen, weil dort machten dann später Tausende von Leuten mit, die begannen dann Anfang der 20er Jahre. Es machten Professoren mit, Doktoren mit, Wissenschaftler mit, Ingenieure mit. Also es waren also keine, nicht der einfache Laie, sondern wirklich professionelle Leute, die nicht nur irgendwas am grünen Tisch entworfen haben, sondern sie mussten es praktisch. Als er mit der Beobachtung den Mond mit einem Eispanzer oder einer Eiskruste gesehen zu haben, nach draußen ging, was war die unmittelbare Resonanz oder hat er das erstmal nur als Beobachtung quasi notiert? Oder ist er mit dieser Beobachtung gleich auch an die Öffentlichkeit gegangen, so als Erkenntnis, die man jetzt gerade, ohne schon ein Weltbild zu haben, gefunden hat? Ja, also es ergaben sich für ihn natürlich sehr viele Antworten aus dieser Erkenntnis. Und die hat er eigentlich, kann man sagen, kurz zusammengefasst und hat dann aus diesen vielen Erkenntnissen, hat er sich dann an verschiedene astronomische Gesellschaften, an Sternen warten, die waren ja damals noch viel kleiner, es waren ja noch nicht diese großen Vereinigungen wie heute, hat er sich dann gewandt und ja gut, ein großer Teil hat ihn ausgelacht, hat gesagt, was wollen Sie? Und das hat ihn auch ziemlich hart getroffen, da er ja nicht gegen die Wissenschaft war, sondern er wollte der Wissenschaft durch diese Erkenntnisse, die er dann über die Jahre ausgearbeitet hat, wollte er ja sozusagen helfen, ihnen Antworten zu geben und das hat die Wissenschaft abgelehnt. Gründe, einer der bekanntesten Gründe oder der Hauptgründe war eigentlich der Streit sozusagen, Plutonismus, also der noch bis heute und Darwinismus, der in der Wissenschaft ja vorherrschend ist, also der Plutonismus, das heißt, dass alles aus Gas und irdisch sein muss, das heißt, unsere inneren Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars, die sind irdischen Charakters und die Äußeren müssen mehr oder weniger, haben zwar irgendwo einen irdischen Kern, sollen aber nach dem heutigen Weltbild, ja, mehr oder weniger aus Gasen bestehen. Und nach Hörbiger ist das Unfug und auch nach den anderen Ingenieuren, denn Gase dehnen sich bekanntlich aus und ziehen sich nicht zusammen. Das heißt, er würde ein Fragezeichen hinter die Definition eines Planeten, der rein gasförmig ist, wie man das ja beispielsweise beim Jupiter behauptet, machen, weil er sagt oder sagen würde, dieser Planet kann gar nicht bestehen aufgrund der klassischen Eigenschaft eines Gases. Verstehe ich das richtig? Richtig, richtig. Er sagt einfach, es geht nicht, Gase dehnen sich bekanntlich aus und das, was man uns, und das Interessante ist, wenn man sich mit der damaligen Literatur beschäftigt, stellt man fest, dass zum Beispiel im Jahre 1939 ungefähr hat sogar die Wissenschaft, die offizierte Schulwissenschaft zugegeben, dass der Jupiter womöglich einen Eispanzer hätte. Und der Witz ist, irgendwann ist dieses Weltbild wieder gekippt worden. Also gerade man, wenn man die alte Literatur durchgeht, gab es damals Gott sei Dank in der Wissenschaft noch ein Hin und Her, wo die einen sagten, ja, das sieht so aus oder so aus, aber meines Erachtens nach gibt es das heute nicht mehr. Also man hat sich irgendwo wieder festgesetzt und hat gesagt, ja gut, man gibt hier und da mal was zu oder eine Veränderung, aber an sich muss das immer noch in diesem alten Schema weiterlaufen. Das haben wir ja leider Gottes. Da ist dein oder Herbigers Erfahrung und sein Bereich ja keine solitäre Erscheinung immer wieder, dass Schulwissenschaft sich auf ein bestimmtes Erklärungsmodell festgeschossen hat und Querköpfe an sich und quer einen Steiger oder quer Argumente an sich nie akzeptieren möchte. Das ist das Schicksal von Querdenkern, dass sie da immer gegen Betonwände laufen. Interessant ist nur, wenn man Ende der 30er Jahre eine solches Zugeständnis, eine solche Erklärung abgegeben hat, hätte man ja, was die Struktur dieses Planeten betrifft, eine völlig andere Erklärung plötzlich geben müssen. Also es bedeutet ja eigentlich auch eine ganz andere Beschreibung dessen. Also wenn man das, was man hier die Schulbücher, die gehen ja unverändert und ohne Wenn und Aber von dieser Gasförmigkeit aus. Und wie hätte man denn jetzt oder mit welcher Begründung hat man denn plötzlich gesagt, da gibt es einen Panzer drumherum, der aus Eis ist? Also ich versuche das ganz kurz anhand ein paar Bilder, die ich ja heute mitgebracht habe, das ganz kurz darzustellen. Für viele wird es Neuland sein, für viele wird es vielleicht auch fantastisch klingen. Aber ich versuche dieses, ja, das Entstehen unseres Sonnensystems, also nicht des Weltalls, weil so weit wollen wir gar nicht gehen. Wir sagen einfach, unser Sonnensystem, wie das womöglich entstanden ist, versuche ich anhand ein paar Bilder ganz kurz darzustellen. Hier sehen wir nochmal kurz Hans Hörbiger, um ihn auch nochmal persönlich, sozusagen in Anführungsstrichen, sag ich mal, kennenzulernen. Im Jahre von 70, also 70 Jahren. Und was man erkennen kann, das vielleicht nur in Klammern, ist auch die Verwandtschaft logischerweise, die natürliche zu seinen Söhnen, den berühmten Schauspielern, die ja im alten deutschen Film eine große Rolle gespielt haben, bis aber auch in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein. Dazu möchte ich nur ergänzen, gerade Paul Hörbiger gleicht ihm sehr und man müsste natürlich jetzt Hans Hörbiger den Bart abrasieren, aber ich muss sagen, ja, gleicht ihm sehr. Also, um ganz kurz die Entwicklung unseres Sonnensystems aufzuführen, das Ganze hat begonnen oder nach der Welteislehre beginnt sozusagen das Sonnensystem, in dem ein eisiger Himmelskörper in einen Glühenden eindringt. Der eisige ist natürlich relativ kleiner als der glühende und in der Welteislehre nennt man das sozusagen Sternmutter. Also es ist ja auch hier so eine Art biologischer Ablauf, eine Art Geburt, die dann stattfindet. Und dieser glühende, äh, dieser, Entschuldigung, dieser eisige Körper umschlagt sich mit einer Art Hülle. Dort entsteht dann Druck, da ja das Eis in Wasser, wiederum in Dampf sich entwickelt und entsteht ein Hochdruck. Und bei der kleinsten Erschütterung gelangt dies zur Explosion, wie wir anhand des Bildes dort sehen, sehr gut sehen können. Bei dieser Explosion wird nur ein Bruchteil von Glutstoffen in den Weltraum geschleudert. Also man kann sagen, 99 Prozent gehen eigentlich wieder auf diesen glühenden Riesenstern zurück. Und nur dieser kleine Bruchteil, ähm, ja, geht dann in den Weltraum. Und das ist eigentlich die Geburtsstunde unseres Sonnensystems. Gleichzeitig bei dieser Explosion wurde auch Sauerstoff, äh, ja, freigesetzt. Freigesetzt. Und dieses vermischt sich nun mit dem Wasserstoff im Weltraum, da ja auch der Weltraum nicht leer ist, sondern er hat nach der Welteislehre auch ein wenig Wasserstoff. Das ist auch ein ganz wichtiger Unterschied. Genau. Auf den du hier ein... Ja, richtig. Also nach der Welteislehre hat, oder ist im Weltraum, der Weltraum ist kein Vakuum, ist auch nicht leer, sondern dort sind ganz feine, man könnte sie sagen, Partikelchen, nämlich Wasserstoff enthalten. Und dieser Sauerstoff vermischt sich nun bei der Entwicklung unseres Sonnensystems, äh, mit dem Wasser, mit dem... Wasserstoff. Wasserstoff. Und man muss dazu sagen, das sehen wir jetzt auf dem nächsten Bild, ähm, bei dieser Explosion bekommt unser Sonnensystem einmal die Trägheitsbewegung, die es noch heute hat, nämlich in eine bestimmte Richtung, und auch gleichzeitig die Drehung, also diesen Wirbeleffekt. Und in diesem Wirbel sind halt diese zwei, äh, Faktoren, nämlich Sauerstoff und Wasserstoff, die sich jetzt zusammentun. Daraus entsteht Wasser, und da, ja, im Weltall minus 270 Grad Kälte ist, gefriert das zu Eis. Ja. Und wird nach außen gedrückt. Das ist ein längerer Prozess, können wir heute auch nicht ansprechen, jeder kann das gerne mal nachstudieren. Und daraus entsteht dann, durch dieses Eis entsteht dann unsere Eismilchstraße. Also eigentlich unsere Milchstraße, die wir heute noch sehen können, mit bloßem Auge. Und, äh, man muss noch dazu sagen, äh, Hörbiger, ähm, ja, für ihn gab es sozusagen zwei Milchstraßen. Einmal die Glutmilchstraße, einmal die Eismilchstraße. Die Glutmilchstraße war bei dem Anfang sozusagen, die sehen wir an sich nicht, sondern eigentlich nur die Eismilchstraße. Also die ist nur mal so nebenbei erwähnt. Ja. Und diese Eismilchstraße ist ungefähr 100 Neptun Weiten entfernt. Und, ähm, nach diesem, ja, nachdem wir jetzt die Eismilchstraße haben, passiert Folgendes. Die Eismilchstraße dreht sich auch nicht um unser Sonnensystem herum, sondern sie steht still. Und durch den Widerstand im Weltall werden andauernd Grobeisblöcke in Richtung unser Sonnensystem, die schweben dorthin, werden von der Sonnenanziehung dort eingefangen. Ja, ja. Und schweben in Richtung Sonne. Und dazu muss man auch sagen, dass diese Grobeisblöcke zu bestimmten Zeiten immer wieder von verschiedenen Planeten, die in unserem Sonnensystem sind, herausgefangen werden. Unter anderem auch von unserer Erde. Und diese Grobeisblöcke beeinflussen dann auch unser Wetter. Und das ist einmal der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, die restlichen Grobeisblöcke, die dann zur Sonne gelangen, auch in die Sonne einsinken, das ist eigentlich das Resultat der Sonnenflecken. Und diese Sonnenflecken besprühen wiederum die Erde, unter anderem die Erde, aber auch die anderen Planeten mit Feineis. Und dieses Feineis beeinflusst auch wiederum unser Wetter und auch andere irdische Punkte, die wir vielleicht mal nachher kurz ansprechen können. Aber es ist ein großer Prozess dort. Für die Entstehung der Erde selber. Ja. Also du hast jetzt von der Sonne gesprochen, du hast von dem Planetensystem gesprochen. Was bedeutet das für die Entstehungsgeschichte jetzt mal aus dieser Theorie der Erde selber? Haben wir hier auch da einen großen Faktor Eis? Wie muss man sich das vorstellen? Also an sich ist es ja so, es gibt ja die sozusagen, die Helioten nannte das Hörbiger und die Neptuden, das waren die äußeren Planeten. Und die inneren Planeten, die sind eher irdisch-metallischen Ursprungs, haben aber zum Beispiel heute der Merkur und die Venus und der Mars auch einen Eispanzer. Und die Erde hat eigentlich nur den positiven Faktor, dass sie nicht so weit von der Sonne weg ist, aber auch wiederum zum Beispiel von Mars sozusagen beschützt wird. Das heißt, Mars fängt durch seine exzentrische Bewegung sehr viel Grobeis ab. Und das können wir hier auch auf dem nächsten Bild mal ganz sehen. Das ist das, ja, so wie wir unser Sonnensystem heute kennen. Und wir sehen einmal dieser weiße Ring, das ist die Eismilchstraße, aus der laufen Grobeisblöcke halt herausgebrochen werden und in Richtung unser Sonnensystem schweben. Und dadurch eine Art, ja, zylindrischen Hut bilden und die Sonne ist dann sozusagen die Spitze am Mast. Und für die Erde bedeutet das ja, wenn man jetzt noch fragen würde, die Erde, wie die sich entwickelt hat, ja gut, die war auch mal heiß, aus Glut, hat sich dann abgekühlt. Und jetzt kommt eigentlich der springende Punkt, nämlich woher kam das Wasser und woher kam die Luft für die Erde? Sie kam nämlich nur durch das Eis hier überhaupt auf die Erde. Also auch da hat es eine Art Eispanzer gegeben und dieser Eispanzer hat sich... Nein, also die Erde hatte überhaupt keinen Eispanzer. Hatte keinen Eispanzer. Hatte überhaupt nie einen gehabt. Die anderen, das ist ja ein unglaublicher auch, was ich hier in, sag ich mal, fünf Minuten erkläre, ist über Millionen, Milliarden Jahre. Das können wir uns auch gar nicht vorstellen. Das ist ein unglaublicher langer Prozess. Aber die Erde hatte halt den Vorteil, man vermutet auch, dass die Venus vielleicht mal erdebenig gewesen sein könnte. Da, und das habe ich noch nicht angesprochen, da der nächste Faktor ja noch besteht, dass die Planeten durch diesen Widerstand im Weltall, durch diesen Weltraumwiderstand immer enger sich an die Sonne heranbinden. Das heißt, auch mal Venus war weiter von der Sonne weg, auch mal Merkur war weiter von der Sonne weg und sogar, man geht davon aus, dass zwischen diesen heutigen Planeten, die wir ja kennen, auch noch mehr Planeten eins bestanden haben, die wiederum von größeren Planeten eins eingefangen wurden. Also es ist ein unglaublich langer Prozess und wir, ja, sitzen hier sozusagen fast am Ende des Prozesses, aber es wird noch lange dauern, bis irgendwann auch mal die Erde, ist eine Vermutung der Welteislehrer, aber ich stimme denen voll bei, bis irgendwann auch die Erde einst in der Sonne verschwinden wird. Wir hatten die Frage angesprochen, wo kommt bei der Erde der Sauerstoff und das Wasser her, weil das ja den Planeten Erde in einer besonderen Weise ausmacht. Wie ist das zu beantworten nach der Welteislehrer? Also nach der Welteislehrer ist einfach so, die Grobeisblücke von der Eismilchstraße kommen auch auf die Erde, werden von der Erde eingefangen. Wir sehen dann die Effekte ja in Form von Wolken und Regen und Fakt ist ja, im Eis ist Sauerstoff und Wasserstoff enthalten und diese zwei Prozesse kamen halt auf die Erde. Und das ist eigentlich ganz faszinierend, weil es ist ja immer so, man spricht hier von Abkühlung, aber wo kommt das Wasser her? Keiner kann erklären, wo das Wasser herkommt und das Neueste, was ich jetzt gerade am Recherchieren bin, ist auch, wo kommt der Sauerstoff her? Und da hatte ich ein ganz interessantes Interview gesehen von einem Herrn, der, ich kann es ja mal kurz erwähnen, der sagte, dass die Pflanzen nicht, wie wir immer glaubten, Kohlendioxid aufnehmen und Sauerstoff abgeben, sondern umgekehrt. Und das fand ich hochinteressant und dann grub ich nochmal in meinen alten Unterlagen nach und fand jetzt auch nochmal genau diesen Artikel, Es gibt ja keine Zufälle, dass auch damals in den 30er Jahren im Hörbiger-Institut in Wien, das hatte ja der Sohn Robert Hörbiger noch weiter betrieben, dort ein Artikel erschien, wo kommt Wasser und Sauerstoff her? Nämlich eigentlich nur das Eis auf die Erde und ja, das ist eigentlich der Hauptfaktor. Gut, diese CO2-Debatte ist ja nochmal eine ganz andere. Im Zusammenhang mit der aktuellen Diskussion, da kämen wir nochmal auf bei der Frage, was an dieser Lehre heute noch aktuell ist. Das heißt, nach dieser Vorstellung spielt das Thema Eis oder spielt die Rolle von Eis als Mantel um einen Planeten eine ganz entscheidende Rolle und macht diese Planeten aus, im Unterschied zu der Theorie, dass das eben zum Teil gasförmige oder glühende... Also dazu muss ich halt noch sagen, dass zum Beispiel die äußeren Planeten, Jupiter, Neptun, Uranus und auch Saturn, ich habe es jetzt nicht in Reihenfolge, aber jeder weiß es ja, dass nach der Welteislehre sie nur einen kleinen, sozusagen metallischen, irdischen Kern sich gebildet haben und durch diesen Eiszuzug diese Planeten so viel Eis auf sich niedergeholt haben, dass dann um diese Planeten herum ein Eispanzer sich über die Jahrmillionen, Jahrmilliarden gebildet hat. Und es kommt noch der Faktor dazu, diese Planeten sind ja auch viel, viel weiter weg von der Sonne. Sie waren auch vor Jahrmilliarden auch viel, viel weiter weg von der Sonne. Das heißt, sie haben auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, sage ich mal so, irdische Verhältnisse zu erlangen, wie wir sie heute haben. Also man kann wirklich sagen, ja, wir haben es gut, wir sind die Einzigen, die in unserem Sonnensystem überhaupt eine Möglichkeit haben, Leben hier zu schaffen. Also da die Erde halt von zwei Seiten, einmal von Mars und auf der anderen Seite Merkur und Venus beschützt werden, das ist so eine Art Schutzfunktion, dass nicht zu viel Regen, zu viel Eis auf die Erde niederkommt. Wenn ich eine solche Theorie entwickle und nicht nur Theorie entwickle, sondern da Argument auf Argument dann nachher in 800 Seiten zusammenfasse mit vielen kompetenten Persönlichkeiten des wissenschaftlichen, des ganz normalen klassischen wissenschaftlichen Lebens der 20er und 30er Jahre zusammenarbeite, ist es ja schon verwunderlich, warum, das ist ja erstmal nichts eminent Politisches oder wo ich jemandem mit auf die Füße trete, warum eine solche Überlegung so gar nicht wirklich perzipiert wurde. Hast du da eine Erklärung für, also wem hat man denn auf die Zehen getreten mit einer solchen Überlegung, dass so etwas so ganz an die Ecke und an den Rand geschoben wurde? Also ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, also der Sinn der Welteislehre oder der Sinn hörbiger Schar Gedanken hängt eigentlich damit zusammen, der Wissenschaft zu helfen, ihnen Antworten zu geben. Aber man hat ihm auch immer gerne vorgeworfen, ja, hättest du dich nur auf einen Bereich beschränkt, zum Beispiel die Astronomie. Aber Hörbiger hat sich ja, wie soll man sagen, ein Weltbild erschaffen. Er hat gesagt, aus dem Ergebnis kommt das und das und das und das, werden wir nachher noch sehen. Und das ist das Faszinierende und da hat die Wissenschaft dann gesagt, nein, weil wenn wir uns die Wissenschaft heute anschauen, sie ist ja unterteilt in verschiedenen Gruppen, die sich irgendwo auf der einen Seite hier und da ein wenig bekämpfen, die aber auch die andere Materie gar nicht kennen. Das heißt zum Beispiel, der Meteorologe würde sich nicht unbedingt mit Astronomie beschäftigen, der Astronome oder Astrophysiker nicht mit Meteorologie und so weiter und so fort. Das heißt, jeder hat nur seinen kleinen Blickwinkel und sieht nicht dieses ganze Bild. Und das widerstrebt natürlich vielen. Und der zweite Faktor, würde ich mal sagen, ist halt wirklich dieses alte Weltbild von Laplace und Liel und Kant, die ja sagten, also zum Beispiel mit den Gasen, dass die Planeten aus Gase sein müssen, also ihre Entwicklung, dass die Sonne ein reiner, auch reines Gas ist und so weiter und so fort. Und es ist nur auffällig, dass in den letzten Jahren still und heimlich so langsam diese Weltbilder oder dieses alte Weltbild, das ja mindestens fast 300 Jahre alt ist, wir erinnern uns, Kant und so weiter, dass das still und leise so ein wenig beiseite geschoben wird. Wobei man zur Ehrenrettung von Kant sagen müsste, dass wenn er Hörbiger gekannt hätte, hätte er ihm zumindest zugehört, weil Kant immer noch Vernunftsargumenten zugänglich gewesen wäre. Ja, das denke ich auch. Also das reicht eigentlich nicht. Nein, nein. Das ist so wie die Erde ist eine Scheibe, dass man dann irgendwann mal es besser weiß und denen den Vorwurf machen muss, nachdem man es wusste, immer noch das Gegenteil behauptet zu haben. Aber jetzt hast du angesprochen, der Vorwurf ist, er hat sich nicht nur konzentriert auf den Bereich der Astronomie. Was sind die, du sprichst ja auch von einem Gesamtweltbild. Was sind die weiteren Bereiche gewesen, auf die er sich gestürzt hat und mit denen er dann offensichtlich die Drittminen, oder das vermiente Terrain betreten hat? Also es geht schon weiter. Wir hatten kurz gesehen die Entwicklungsgeschichte halt unseres Sonnensystems. Und ich hatte schon angedeutet, dass dieses Grobeis aus der Eismilchstraße unser Wetter beeinflussen. Da kommen wir schon in den nächsten Bereich, nämlich die Meteorologie. So, und die Meteorologie hat sich eigentlich festgezimmert in dem Glauben, dass alles irdisch, das Wetter muss irdisch, generell nur irdisch ablaufen. Wir kennen alle den Wasserkreislauf. Ich muss sagen, rein intuitiv habe ich dem nie viel abgewinnen können. Aber zur Ehrenrettung der Meteorologie muss man sagen, den normalen Wasserkreislauf gibt es. Er hat auch kleine Einwirkungen auf unser Wetter, aber er kann zum Beispiel nicht die wirklich großen Stürme erklären. Er kann nicht die großen Hagel erklären. Er kann nicht die verschiedenen Naturkatastrophen erklären. Das wäre ein Punkt. Dann geht die ganze Ansicht in die Biologie, in die Paleontologie, in die Archäologie, also in die Sintflutsagen und so weiter. Also es ist ein riesengroßes Weltbild. Und das Schöne ist, dass man immer, ja, es ist alles verkettet. So, es sind alles logische Schlüsse. Es ist in sich logisch. Und das ist auch der Punkt, das muss ich auch nochmal sagen, warum damals, und das hat die Wissenschaft sehr geärgert in den 20er, 30er Jahren, so viele Leute begeistert sich mit der Welteislehre beschäftigt haben. Also es waren wirklich Tausende von Leuten, vom, sag ich mal, vom obersten Professoren bis zum einfachen Bahnarbeiter, die sich auch als Hörbiger das Buch rauskam, dieser dicke Wälzer, 1913, der kostete 50 Reichsmark. Ja. So, das war viel. Das war verdammt viel. Ja. Und er hat sogar ein einfacher Bahnarbeiter, hat sich das gegönnt, weil er völlig fasziniert war, weil er gesagt hat, es ist in sich logisch und ich kann es sehen, sozusagen. Lass uns doch, du hast angesprochen Meteorologie. Die anderen Drähtminen arbeiten wir Stück für Stück ab. Was ist die Erklärung, wir reden jetzt nicht von irgendeinem kleinen Schauer oder dass man ein bisschen Schnee fällt. Was ist die Erklärung aus dem Modell der Welteislehre heraus, wie Naturkatastrophen, Sintfluten, Tsunamis und Ähnliches entstehen? Was ist da, wie funktioniert das nach seiner Theorie? Ich glaube, das müsste jetzt, ich komme gleich drauf, das müsste jetzt, glaube ich, das nächste Bild sein. Das sehen wir jetzt hier. Das ist sozusagen dieser Eistrichter, dieser Grobeistrichter, den wir ja, ich mache nochmal das eine Bild zurück. Hier sehen wir ja nochmal diesen Grobeistrichter auf dem Bild hier, ganz schön dargestellt. Und wir sehen am Spitze, in der Mitte sehen wir die Sonne. Und wir sehen dann die verschiedenen, dort die verschiedenen Monatsnamen. Und es ist so, dass unsere Erde, aber nicht nur unsere Erde, auch die anderen Planeten zu bestimmten Zeiten immer diesen Eistrichter, er ist wie ein Trichter, durchlaufen. Das heißt zum Beispiel, wir kennen das alle, Juli, August, gerade August haben wir sehr starke Gewitter. Also hier, ich spreche jetzt mal von Europa, sehr starke Gewitter. Dann im September können wir uns meistens freuen. Da haben wir meistens einen schönen, sonnigen Herbst. Das hängt damit zusammen, dass wir uns sozusagen in diesem Eistrichter in der Mitte befinden. Das ist wie eine Art Hurrikan. In der Mitte findet ja nichts statt. Das ist gar nicht, richtig, richtig. Und erst beim Austritt, das ist dann im Oktober, November, fängt dann sozusagen die Vorschneeperiode an. Und da treten wir dann aus diesem Eistrichter wieder heraus. Und das Ganze ist, ja, Dezember, Januar, das sind dann so die normalen Faktoren. Das ist dann, das würde jetzt zu weit führen, aber das hängt damit zusammen, dass auch sehr viel dieser Grobeisstücke, die sind ja riesengroß, abgelenkt werden von verschiedenen Planeten. Das heißt, die kommen erst später zur Erde und so weiter und so fort. Und dazu muss ich, oder möchte ich es noch sagen, im Jahr 97, 1997 hat ein Wissenschaftler in den USA, Hörbikers These, nochmal bestätigt, dass täglich die Erde von häusergroßen und gebäudegroßen Eisbrocken bestürmt wird. Hat er nochmal bestätigt, weil sie haben das ja per Satelliten festgestellt, dass da was kommt. Und wir sehen das Ganze dann nur als Wolke, als Riesenwolke, als Hagel. Also wir sehen jetzt nicht sozusagen in dem Sinne einen großen Eisbrocken. Es gab Fälle, da sehen wir gleich noch ein Bild dazu, wo dann wirklich ein riesengroßer Eisbrocken herniederfiel. Aber, ja gut, Hagel ist das bekannteste. Es gibt verschiedene Größen. Und im Jahr 2000 hatte man zum Beispiel in Spanien, hatte man sich gewundert, da fielen immer große Hagelbrocken hernieder. Also die waren mindestens so diese Größe und hat auch die Runde gemacht. Und ja, die Wissen, also die Meteorologen und die Wissenschaftler waren völlig, konnten es nicht wirklich erklären, haben dann, wie haben sie es genannt? Ich glaube, Makrometeoriten oder so. Aber sie hatten keine wirkliche Erklärung dafür, wo das herkommt. Also man hilft sich dann immer mit irgendeinem Fremdwort, das ist schon klar. Sintfluten. Er erklärt ja auch mit der Welteislehre, wieso etwas, also solche echten Naturkatastrophen größeren Ausmaßes, wie die stattfinden. Und Hans-Holfgang Behm hat in einem nach dem Krieg erschienen Büchlein ja durchaus, das ist so 58 oder Ende der 50er Jahre erschienen, darauf hingewiesen. Ich finde, fast weitsichtig und vorherahnend, dass wir in dieser Richtung das eine oder andere noch erleben werden. Also dass Naturkatastrophen, Fluten größeren Ausmaßes durchaus etwas sind, was hier in diese Theorie reinpasst. Und etwas ist, was nicht an uns einmal passiert, eine Sintflut und dann war es das, sondern durchaus Ähnliches wieder passieren kann. Bevor wir da drauf kommen, ich wollte eigentlich nur noch kurz die Wettersachen zu Ende führen, weil ich hatte hier noch für das heutige Interview noch ein paar Bilder mitgebracht, dass die Leute anhand einfach das mal sehen. Also hier sehen wir zum Beispiel einen Schuss eines riesigen Eispoliten, nämlich als Wolke, über München. Interessant ist, ich habe das aus einem Forum und keiner der Teilnehmer hatte natürlich eine Erklärung. Man hatte was, was ich von HAARP oder sonst was gesprochen. Aber hier sieht man eine seltene Aufnahme eines sehr schönen Einschusses eines Eispoliten, der sich natürlich dann in eine Wolke umwandelt. Dazu muss man natürlich sagen, auch nicht immer, sondern es kommt immer auf die Luft an. Ist sie zu trocken, ist sie zu feucht, wie auch immer. Dann haben wir hier noch ein altes Bild, das ist aus den 30er, 1936. Dort ging ein riesiger Eispolite in China hernieder und das wurde auch wirklich alles schön aufgeschrieben. Dort oben steht es zwar in Chinesisch, aber es wurde natürlich dann auch übersetzt. Ich glaube, die das jetzt machen. Und ein riesiger, also 500 bis 600 Pfund schwer, das sind 250 Kilogramm. Und auch britische, damals als in Indien, haben auch die damaligen Kornialenherren, die Engländer, auch immer wieder Eispoliten, Niederfälle dort verzeichnet, die riesengroß waren. Und auch unglaublich kalt, unglaublich kalt, also die Weltraumkälte sozusagen mitbringen. Und das haben wir ja auch bei einem Hagelwetter, dass das ganz schnell kommt, über uns rüberzieht und plötzlich wieder Sonnenschein ist. Und das sind eigentlich Eispoliten. Das widerspricht auch dem üblichen Wasserkreislauf. Dazu wollte ich auch noch kurz was sagen. Also nicht nur die Grobeisblöcke beeinflussen das Wetter, sondern auch unsere Sonne, nämlich die Sonnenflecken. Immerhin, das hat ja die Wissenschaft auch zugegeben, dass durch die Sonnenflecken irgendwas auf der Erde stattfindet, ob das elektronische Ausfälle sind, Satellitenausfälle und so weiter. Es ist so, dass ja in die Sonne auch diese Eisblöcke einschießen. Man hat jetzt erst vor, ich glaube vor einem Monat, hat die NASA sogar eine Aufnahme gezeigt und hat es zugegeben, dass Eis in die Sonne einschießt. Sie haben einen Kometen oder eine Sternschnuppe gefilmt, ob es Zufall war, weiß ich nicht. Sie haben es gefilmt, wie sie dort in die Sonne eindringt und ein Flecken verursacht. Ein Flecken verursacht. Was ja auch logisch ist, wenn ich mit hohen Minustemperaturen dort auftreffe, muss eigentlich eine Verdunklung oder eine Flecken entstehen. Ja, nein, es funktioniert eigentlich dasselbe wie unser Sternensystem, nämlich dieser Eiskörper schmilzt zwar an, dringt dann dort in die Sonne ein, die ja nicht nur aus Gase besteht, sondern eigentlich auch einen feuerflüssigen Kern hat und auf dieser lagert sich dann die Gase übereinander ab. Und in diesem feuerflüssigen Kern hat auch dieser Eisling, ich nenne ihn mal Eisling, hat auch eine Schlacke und verdampft langsam und steigt damit nach oben. Und das sehen wir hier ganz toll auf dem Bild, dass dann langsam der Dampf entweicht. Und das ist nichts anderes als, was wir dort als Sonnenflecken sehen, ist dann sozusagen der Wasserdampf, der ja nicht glühen kann. Ja, klar. Der kann nicht glühen. So, und das sind die Sonnenflecken. Und diese Sonnenflecken haben wieder Einfluss ja auf unser Wetter oder auch auf Erdbeben. Erdbeben auf, wir hatten jetzt erst gerade ein Erdbeben in Deutschland, ich glaube vor einer Woche. Und da habe ich das mit den Sonnenflecken versucht zu schauen, ob da in der Zeit massive Sonnenflecken waren. Es waren massive Sonnenflecken zu der Zeit. Und dieses Feineis, dieser Wasserdampf, der ja dann ausgeströmt wird, wird dann außerhalb des Sonnenbereiches halt wieder zu Eis. Das ist ja klar bei minus 270 Grad und trifft dann auf die Erde, nämlich auf deren Atmosphäre und verformt das auch. Und wir sehen dann dieses Feineis in Form von Zirn, also die Wolkenformation, Zirn, Schäfchenwolken und so weiter. Also man kann das Ganze auch sehen. Also es handelt sich hier nicht nur eine Utopie, dass man sagt, ja gut, er sagt irgendwas, aber wie kann ich es sehen? Die Leute wollen ja immer was sehen oder was anfassen. Wie kriege ich jetzt die Brücke, weil du das Stichwort Erdbeben, also der ganze Westerwald hat gebebt und wir haben das also die Stöße wirklich im Haus gemerkt, weil wir wenig vom Epizentrum entfernt wohnen. Wie kriege ich die Verbindung zwischen dem Erdbeben und den Sonnenflecken hin, also von der Erklärung her? Also ich habe ja nochmal gesagt, dort durch die Sonnenflecken, also durch diesen Eisling in der Sonne entströmt ja dieser Wasserdampf. Der bildet dann einen Schlot, das sehen wir dann in Form von Sonnenflecken. Und dieser Wasserdampf entweicht mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, nämlich über 2000 Kilometer in der Sekunde. Das sind 9 Millionen Kilometer in der Stunde in Richtung Erde und trifft dann mit massiver Wucht auf die Atmosphäre und sinkt dann langsam. Ja, durch die Lufthölle und in Form von Zirren. Jetzt muss man dazu natürlich noch wissen, dass bei diesem Prozess, der in der Sonne stattfindet, dieses Feineis positiv geladen wird, nämlich durch die Reibung und trifft dann auf die negativ geladene Erde. Und durch diesen Einschuss entsteht dann ja auch gleichzeitig Druck, nämlich Druck von oben und Druck auch auf den Erdboden. Und unter der Erde ist Wasser, das unter Siedeverzug steht, das sozusagen eigentlich nur wartet, dass der Druck sozusagen nicht mehr auf den Erdboden da ist. Und dann dieser Druck wird dann beiseite geschoben und dadurch entsteht ein Erdbeben. Also diese Schollentheorie, wie zum Beispiel von Wegner oder diese Plattentheorie, also von der hält Hörbiger und ich auch persönlich, sonst würde ich es ja auch nicht vertreten, nicht viel, eigentlich besser gesagt gar nichts, weil man sich das einfach ganz anders vorstellen muss. Du hast ein Stück bei der Frage, wie Erde entstanden ist oder wie auch Gebirge, Alpen entstanden sind, ein Stück Stein hier mit dabei, bei dem deutlich wird, dass zwischen verschiedenen Gesteinsschichten ganz offensichtlich einmal größere Eisschichten dazwischen gelegen haben müssen. Genau, du nimmst es schon sozusagen vorweg. Ja, ich will jetzt nochmal hier kurz zeigen, hier sehen wir nochmal den Mond. Also bei diesen Katastrophen, da können wir jetzt auch drauf eingehen, auf die Sintflut und so weiter, bei diesen Erdkatastrophen, die beginnen immer zu einer bestimmten, oder sind immer in einem bestimmten Zeitraum. Das heißt, nach der Welteislehre hatten wir einst fünf bis sechs Monde vor dem jetzigen Mond. Das würde natürlich einer fragen, wo sind die anderen Monde? Monde, Entschuldigung, die anderen Monde. Die sind nämlich immer wieder von der Erde her niedergeholt worden. Auch unser heutiger Mond, den wir ja am Himmel sehen, ist einst eingefangen worden, als selbstständiger Planet. Unser Mond war einst auf dem Weg zur Sonne und ist in den Anziehungsbereich der Erde gelandt. Und war irgendwann so nah, ich glaube, das muss das nächste Bild, das sehen wir jetzt hier, war irgendwann so nah, nämlich ungefähr 400.000 Kilometer entfernt, dass er dann in den Anziehungsbereich der Erde gelangt ist und dort eingefangen wurde. Und so wie wir den Mond heute sehen, das hat der Mond eigentlich, ja, das ist seine Strafe, dass er sich einfangen ließ, weil die Krater und so weiter und die Schollenbildung und Gebirgsbildung, die wir auf dem Mond heute sehen, sind durch diesen Einfang erst entstanden. Den anderen Monden ging es genauso. Also diesen Weg, wir nehmen jetzt einfach mal den Vorgängermond, nicht unseren Jetzt, sondern den sogenannten Tertiärmond, der auch einst eingefangen wurde. Gleichzeitig natürlich bei einem Mondeinfang entstehen natürlich auch riesige Katastrophen auf der Erde, Vulkanausbrüche, Erdbeben und so weiter. Aber ich muss dazu sagen, nicht in dem Sinne eine Sintflut, aber wir kommen noch gleich auf die Sintflut. Ich habe das Bild schon mal vorweggenommen. Es ist dann so, dass der Mond sich über die Jahrtausende, das sind große Zeitspannen, immer näher an die Erde heranschraubt. Und dadurch nämlich drei Faktoren hat oder Faktoren auslöst. Wir kennen alle, der Mond bewegt unser Wasser, nämlich das Welten, so Ebbe und Flut. Es gibt wirklich Leute oder auch Wissenschaftler, die bestreiten das. Gut. Ja, gut. Aber das finde ich nur amüsant. Ja. Dann gleichzeitig zieht er auch die Lufthülle an, nämlich zu sich. Und gleichzeitig auch den Erdboden. Nämlich der Mond, man hat das jetzt auch noch mal nachgemessen, zwischen 12 und 20 Zentimeter wird tagtäglich die Erde hochgehebt, ohne dass wir das wirklich spüren, merken. Und der Mond, ich mache es jetzt kurz, der Mond schraubt sich über die Jahrhunderte ran und dadurch, unter anderem durch die Luftanziehung zu sich sozusagen, zu einem bestimmten Schwerpunkt, also zu sich hin, wird am Nord- und Südpol eine Luftverarmung entstehen. Und das ist eigentlich das Resultat der Eiszeit. Denn dadurch dringt immer mehr Weltraumkälte in die Erdatmosphäre, also in die sehr, sehr dünne Erdatmosphäre ein. Und ja, es wird kälter und dadurch haben wir dann eine Eiszeit. Und wenn wir das heute nehmen, wir haben ja jetzt unseren jetzigen Mond und der wird das selber auch dasselbe Spiel machen, nämlich auch eine neue Eiszeit einläuten. Und sehr viele Wissenschaftler bestätigen das ja, dass wir in Zukunft auf eine Eiszeit zugehen. Also es ist ein neues Todesurteil für die Erdklimaerwärmungstheoretiker. Genau. Und vor allen Dingen, dass ein Todesurteil auch in einer anderen Frage, inwieweit so etwas menschlich, also anthropogen von Menschen beeinflussbar ist, das kann man ja wirklich dann auch aus vielen, vielen anderen Gründen, aber auch aus Gründen dieser Lehre in den Bereich der kompletten Fantasie letztendlich schieben. Du musst aber jetzt das Thema Sinnflut auflösen. Ja, das will ich gerade, will ich gerade, weil das Ganze muss man sich jetzt halt so vorstellen, also die Menschheit, wir gehen jetzt auch mal von der Menschheit aus, die ist ja ururalt. Das ist nicht das, was man uns heute erzählt, sondern sie ist ururalt und hat diese Katastrophen mindestens schon drei, vier Mal miterlebt. Das heißt, hier haben wir Urerinnerungen, da kommen wir auch schon auf die Mythen, wie die Leute das miterlebt haben, die Eiszeiten, die Katastrophen, die jetzt auf sie zukommen. Und hier auf dem Bild sehen wir es nochmal ganz schön, wie der Mond langsam, indem er sich einmal näher an die Erde schraubt, versucht er ja sozusagen mit der Erde, ja, um die selbe, er versucht immer schneller zu werden. Umso näher er sich ranschraubt, das ist ja durch den Weltraumwiderstand, versucht er immer schneller zu werden, die Erde irgendwann zu überholen. Das ist ungefähr, dieses Bild zeigt ungefähr einen sogenannten Tag, bevor der Mond sich dann über Afrika verankert, nämlich die sogenannte Stationärzeit. Die habe ich jetzt, glaube, doch, die haben wir hier schön dargestellt. Dann ist der Mond ungefähr nur noch 40.000 Kilometer entfernt, 45.000 Kilometer entfernt und hat natürlich unglaubliche Kräfte. Dazu muss man nochmal sagen, das geht über Jahrtausende. Also es ist nicht von heute auf morgen, keiner braucht Angst haben, der Mond fällt uns sozusagen in Anführungsstrichen nicht auf den Kopf, sondern das geht über Jahrtausende. Und hier diese Verankerung, diese scheinbare Verankerung, nämlich über Afrika, weil dort die meiste Schwerkraft vorhanden ist, pendelt der Mond, wir wissen ja, der Mond pendelt fünf Grad nach Süden, fünf Grad nach Norden, er ist ja im äquatorialen Bereich, pendelt nach Norden und Süden und schleppt die Wasser nach Norden und Süden. Das heißt, das sind zwei riesengroße Flutberge, die sich, das habe ich noch nicht erwähnt, aber das sage ich jetzt, die sich sozusagen aufstauen. Das heißt, das Wasser im Äquatorgebiet steigt immer mehr auf und wir haben nachher eine Höhe von 2.000, 3.000 Meter. Also Wasser wird sozusagen... In einer richtigen Säule. Ja, eine Säule ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist halt schwer, sich sowas vorzustellen. Wiederum im Norden und Süden der Erde dringt die Eiszeit immer weiter voran. Das heißt, die Leute, die zum Beispiel im Norden Europas, die konnten gerade noch am Rand von Spanien dort wohnen und haben diese ganze Mondernährung natürlich ganz anders erlebt, wie zum Beispiel die Leute, die Menschen im Äquator-Bereich. Nämlich die haben nur immer gesehen, dass über die Jahrhunderte das Wasser mehr anstieg. So, und die mussten sich dann nämlich auf zwei Gebirge, nämlich Tiahulaco, das war heute Andengebirge, flüchten, und Abyssinien. Ja. Das waren sozusagen die zwei Punkte, wo sie sich... Zufluchtsorte. Die Zufluchtsorte. Und da haben sie nur immer gemerkt, ja gut, das Wasser steigt an, wir müssen mal wieder höher, höher, höher. Und das ist eigentlich auch die Erklärung der Terrassenbauten, nämlich in Südamerika. Und in dieser Zeit, wenn der Mond nach Norden und Süden pendelt, das ist eigentlich die Zeit, nämlich der Öl-Entstehung, der Salz-Entstehung und der Kohle-Entstehung. Plus gleichzeitig der Schichtgebirge, so wurden auch, wie wir hier hinten so sehr schön sehen, auch die Schweizer Alpen errichtet. Nämlich in dieser Zeit, als der letzte Mond, nämlich der Tertiär-Mond, vor so und so langen Zeiträumen, ja. Jetzt wird natürlich auch deutlich, wenn ich auf die Art und Weise Eiszeiten, Sintfluten und auch andere Entstehungsgeschichten erklären kann mit einem solchen schlüssigen Modell, spricht das einerseits für das Modell, andererseits wird natürlich deutlich, wie groß die Gruppe derer ist, die man mit all diesen Geschichten auf die Füße tritt. Und das geht bei der Kirche los, bei dem Sintflutthema und endet im Zweifelsfalle bei allen möglichen anderen, die sich Entstehungsgeschichten irgendwie anders vorstellen. Da wir zeitlich schon bald durch sind, würde ich einen Punkt ganz gerne nochmal ansprechen. Wir kommen zu dem Ursprung zurück. Seine ursprüngliche, allererste Beobachtung war, Fernrohr, er guckt auf den Mond, stellt fest, hat einen Eispanzer. Davon haben wir aber bei der Mondlandung gar nichts gehört. Komme ich gleich noch drauf. Ich wollte jetzt nur noch kurz, ganz kurz noch zwei Bilder zeigen, nämlich einmal hier, wie wir hier so schön nochmal sehen, nämlich die Versteinerung. Diese ist eigentlich für viele Forscher heutzutage eigentlich ein Rätsel, wie das überhaupt vonstatten ging. Vonstatten ging das Ganze, weil zum Beispiel die Tiere oder die Pflanzen sofort, die wurden ja nach Norden und Süden vertrifftet. Dort herrschte die Eiszeit und sofort, als eine Flutwelle sozusagen sie auswuscht, sozusagen, wie wir das ja vom Meer heute kennen, alles Mögliche finden, kam sofort eine Eispanzer drüber und versiegelte das Ganze. Und nur dadurch ist das eigentlich möglich, dass wir überhaupt diese Funde heutzutage haben. Also wir reden hier von dem Pompeji-Effekt und nicht einer über hunderte von Millionen Jahren sich entwickelt habenden Versteinerung, die eigentlich ohnehin, ehrlicherweise, sowieso nicht nachvollziehbar ist. Ja, genau. Nächster Fettnapf. Und dazu noch das nächste Bild, das hatte ich aufgenommen in Berlin. Hier zeigt sich auch nochmal ganz schön anhand dieser Skulptur, ja, dass Mensch und Saurier einst zusammenlebten. Also die Menschen haben damals die Saurier erlebt, auch zu dieser Katastrophenzeit. Und der Mond, der Vordengängermond oder der Mond noch davor, das sind eigentlich die Bösewichte, nenne ich es mal so, die dazu führten, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Und ja, irgendwie der Mensch hat halt diese ganzen Katastrophen überhaupt überlebt. Hier nochmal ganz kurz die, ja, das muss man auch noch ganz kurz sagen. Jetzt entsteht nämlich dann eigentlich die Sintflut. Und durch die Schwerkraft der Erde wird dieser Mond nämlich bei nur noch einem Tag, sozusagen der, ja, wir haben am Ende der Zeiten haben wir sozusagen drei Mond, am Tag drei Mondumläufe. Das heißt, es wird nie recht Nacht, es wird nie recht Tag. Wir sehen eigentlich fast die Sonne nicht. Wir sehen, also es sind unglaubliche Sachen, die wir heute auch nicht ansprechen können, aber eine Riesenkatastrophe. Und jetzt ist eigentlich der Beginn der Sintflut, nämlich dieses Wasser, das im äquatorialen Bereich angestaut ist, das wird, nachdem der Mond von der Erde zerrissen wurde, frei. Frei. Frei, natürlich nicht, wenn jemand jetzt, ja, in ein Fass ein Loch schlägt und das Wasser ganz schnell, sondern es steigt allmählich an und immer schneller. Das heißt, für die Leute, die im äquatorialen Bereich wohnten, für die, die hatten ein Problem, die hatten natürlich, als der Mond niederbrach, natürlich die Katastrophe, sozusagen, anders erlebt als die Leute im Nord- und Südbereich. Und haben dann irgendwann gesehen, aha, das Wasser sinkt für die Leute im Norden und Süden. Das war die Sintflut. Und darum hat auch nicht jede Mythe unbedingt eine Sintflut, sondern jeder hat das irgendwie anders erlebt, gerade da, wo er hauste. Ja, aber wir haben eben unterschiedliche Mythen, insofern gibt es dieses kollektive Erinnerung. Ja. Nochmal Mond, ganz zum Schluss. Mondlandung. Ja. Da haben wir, gibt es denn überhaupt Fotos, gibt es Belege dafür, aktuelle, gibt es NASA-Bilder, die etwas anderes als einen völlig kraterübersäten und staubigen, das ist ja so der Eindruck, den man bekommt, Mond zeigen, gibt es so etwas? Ja, also es gibt schon, also ich habe hier ein Buch, wenn ich das mal zeigen darf, wir entdeckten Außerirdische Basen auf dem Mond, das war eigentlich noch zu der Zeit, als ich mich sozusagen auch noch mehr mit Außerirdischen beschäftigt habe, habe ich mir das gekauft. Aber im Nachhinein, das hat es mir dann doch große Dienste geleistet. Die Autoren in dem Buch gehen meines Erachtens vielleicht hier und da von falschen Schlüssen aus, aber das sehe ich aus meinem persönlichen Weltbild, also es ist keine Kritik an den Autoren, um Gottes Willen, aber interessant ist, sie veröffentlichen hier NASA-Fotos, die eindeutig zeigen, dass der Mond einen Eispanzer hat. Ja, also NASA-Fotos sind ja aktuelle Fotos. Genau, also das ist einmal, ich fand das Bild hier ganz interessant, also diese beiden Bilder, wenn man sich die dann näher anschaut. Ja, das heißt, es gibt ganz offensichtlich, und in dem Buch findet man ja einige Fotos, gibt es ganz offensichtlich offizielle NASA-Fotos, die eine andere Mondstruktur zeigen, als das, was man so gemeinhin annimmt. Genau, genau. Jetzt stellt sich... Darf ich nochmal kurz, also das ist das hier, auch nochmal ganz schön, und interessant ist, fand ich auch hier die sogenannten Krater, die interessanterweise Hörbiger in der Eigenherstellung genauso geformt hat. Denn seine Theorie oder seine Vermutung geht darauf aus, dass die Krater von unten entstanden sind und nicht, wie man es heute sagt, durch Meteoriten oder Vulkane. Also ich kann das sehr empfehlen, sich da, also es gibt die Bilder, die man sich da nochmal anschauen kann. Man stellt sich bei dem ganzen Thema natürlich die Frage, was so furchtbar an einer solchen Lehre ist, dass wenn man auf den Mond in eine Pfütze tritt, dies nicht auch der Weltöffentlichkeit gegenüber kommuniziert. Die einzige Erklärung, die man da andeuten könnte, ist, dass man weder auf Staubig noch auf Pfützen überhaupt je getreten ist. Also dazu muss ich natürlich noch sagen, es ist natürlich Staub auf dem Mond vorhanden. Das wird auch gar nicht bestritten. Bloß, dieser Staub ist nicht vom Mond selber, sondern von den Meteoriten, die dort immer mal wieder auftreffen und einschlagen. Das ist also dieser sogenannte Mondstaub. Interessant, man muss natürlich auch noch sagen, die Welteislehre wird deshalb auch noch kritisiert, weil sie endlich den Schlüssel nämlich zu Atlantis hat. Sie kann erklären, warum Atlantis nach dieser Katastrophe, nach diesem Mondniederbruch ist ja Atlantis sozusagen wieder aus den Fluten gestiegen. Noch ganz kurz das Bild, das wir hier sehen und auch die anderen Gebiete, weil der Wasserspiegel dann abgesunken ist. Er wurde nicht mehr vom Mond angezogen und das ist natürlich auch ein Punkt, warum man die Weltislehre ja angreift, weil sie auch irgendwo unsere Herkunft, die Urkultur belegen kann, ganz schlüssig und logisch und sagt, da und dort war das aus den und den Gründen. Wir haben das Problem, dass wir 800 Seiten in unserer kurzen Zeit nicht haben behandeln können. Du hast uns einen Einblick gegeben und viele, viele Informationen. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Und es lohnt sich einfach da mal etwas genauer darauf hinzuschauen. Und das ist, glaube ich, deutlich geworden für den Zuschauer, wie groß die Dimension der Punkte ist, bei denen Hörbiger angeeckt ist, mit seiner Arbeit und dann ist natürlich auch klar, dass man heute von einer solchen Lehre nichts mehr wissen wollte. Liebe Zuschauer, es ist schwierig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zu befassen, weil es so gut wie gar nichts an aktuellen Publikationen gibt. Ich habe dieses Büchlein von Hans Wolfgang Behm, das ist aus 1926. Er hat dann nach dem Die Sintflut und ihre Wiederkehr ein Büchlein aus Ende der 50er Jahre verfasst, was sich ebenfalls mit der Welt als Lehrer befasst. All das kriegt man antiquarisch, man bekommt es antiquarisch, das ist gar kein Problem. Und schließlich Eingriffe aus dem Kosmos, ein Buch aus dem Jahre 1971, was sich ebenfalls sehr umfangreich und fachlich sehr differenziert mit diesem Thema auseinandersetzt und feststellt, dass die Grundannahmen, die Hörbiger vor über 100 Jahren gemacht haben, so ganz still und heimlich inzwischen alle bestätigt wurden. Es gibt von Marco Nünemann eine Website, die blenden wir jetzt ein. Auch da gibt es eine Fülle von Material zur Welteislehre. Schauen Sie mal drauf. Es ist ein schwieriges Kapitel, aber es lohnt sich im Zweifelsfalle doch einfach mal auch den Horizont in dieser Richtung zu erweitern. Vielen Dank für die Geduld und vielen Dank für die Aufmerksamkeit bei einem in der Tat komplexen und schwierigen Thema. Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal beim Alpenparlament. Untertitelung des ZDF für funk, 2017